In dieser zweiteiligen Videoreihe wird die Martensitbildung und Härtung von Stahl anhand von Gefügelbildern und dem dazugehörigen Zeittemperaturumwandlungsdiagramm, kurz ZTU-Diagramm, erklärt. Dieses Härteverfahren wird Martensidhärtung genannt. Sie ist eine besondere Form der Mischkristallhärtung. Martensid hat ebenso wie der Ferrit ein kurbisch-raumzentriertes Gitter, das jedoch tetragonal verzerrt ist, weil hier mehr als die eigentlich maximal möglichen 0,02% Kohlenstoff im Gitter zwangsgelöst sind. Aufgrund der hohen Abkühlgeschwindigkeit beim Härten können weder die Eisen noch die kleinen Kohlenstoffatome in die Ferrit-Perlit-Gleichgewichtsstruktur diffundieren. Die im Auszenit gelösten Kohlenstoffatome werden also während des Abschreckens in die kurbisch-raumzentrierte Struktur gezwängt. Diese kann aber eigentlich nur maximal 0,02% Kohlenstoff aufnehmen. Die zwangsgelösten Kohlenstoffatome bewirken eine Aufweitung und damit Verzerrung des Gitters. Die Gitterverzerrung zusammen mit einer in Folge des Abschreckvorgangs hohen Versetzungsanzahl bedingen die hohe Härte und Spröhlichkeit des Martensids. Diese wird auch Glashärte genannt. In diesem Lehrvideo wird erklärt, wie ein ZTU-Diagramm gelesen wird und welche Informationen daraus entnommen werden können. Wie im ersten Lehrvideo wird der Vorgang am Beispiel einer Welle aus einem C45 erläutert. Merke dir, dass nur Stähle gehärtet werden können, die eine Ferrit-Auszenit-Ferrit-Umwandlung beim Aufheizen und Abkühlen durchlaufen. Auszenitische Stähle, bei denen die auszenitische, kurbisch-flächenzentrierte Phase durch Legierungselemente stabilisiert ist, können nicht gehärtet werden. Hierzu zählen zum Beispiel die nichtrostenden auszenitischen Stähle oder rein ferritische Stähle. Um dieses Lehrvideo besser zu verstehen, sollten im Vorfeld Kenntnisse über die Mischkristallhärtung erlangt worden sein. Hierzu könnt ihr euch folgende Videos anschauen. In der ersten Lehrfilmreihe haben wir die Auszenitisierung der Welle erklärt. Dabei wurde die Welle erheizt und so lange gehalten, bis sie ein vollständig homogenes Auszenitgefüge angenommen hat. Wird die Welle nach dem Auszenitisieren langsam abgekühlt, haben die Kohlenstoffatome ausreichend Zeit, um aus dem Auszenitgefüge zu diffundieren und ferrit bzw. Zementit das Eisencarbid Fe3c zu formen. Es bildet sich also das Ausgangsgefüge, welches vor dem Auszenitisieren vorlag. Bei untereutektuinen Stählen ein ferritperlitgefüge und bei übereutektuinen Stählen ein Zementitnetzwerk, das perlitkörner umgibt. Um diesen Schritt einzuleiten, muss das Werkstück langsam im Ofen wieder abgekühlt werden. Infolge einer Abkühlung direkt bei Raumtemperatur könnte der Stahl zu schnell abkühlen und je nach Zusammensetzung könnten unerwünschte Phasen oder sogar Härterisse entstehen. Da die Welle aber gehärtet werden soll, wird das Werkstück sehr schnell abgekühlt. Dieser Prozess wird Abschrecken genannt. Je nach Zusammensetzung des Stahls werden unterschiedliche Abschreckmedien notwendig, wie Wasser, Öl oder Luft. Es gilt dabei, je höher ein Stahl legiert ist, desto langsamer dafür abgekühlt werden, um noch ein martensitisches Gefüge und damit eine hohe Härte zu erhalten. Grund hierfür ist die verlangsamte Diffusionsgeschwindigkeit bei hohem Anteil an Legierungselementen im Stahl. Unlegierte Stähle werden in Wasser, niedrigligierte in Öl und hochligierte Stähle dürfen sogar nur an Luft abgeschreckt werden. Wird das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, kurz EKD, betrachtet, so muss immer beachtet werden, dass dieses nur für das thermodynamische Gleichgewicht eines Stahls gilt, also bei theoretisch unendlich langsamer Abkühlung. Alle dort aufgezeigten Phasen sind also bei geringen Temperaturänderungen und langsamen Umwandlungsraten entstanden. Damit ist ausreichend Zeit gegeben, um Bindungen aufzubrechen und Diffusionsvorgänge einzuleiten, die zur Phasenneubindung notwendig sind. Beim Abschrecken jedoch wird so schnell abgekühlt, dass die Gefügeumwandlung nicht mehr mit dem EKD erklärt werden kann. So wird es um eine dritte Achse erweitert, die Zeitachse. So können die Phasenumwandlungen in Abhängigkeit von der Abkühlungsgeschwindigkeit dargestellt werden. Das Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild, kurz ZTU-Diagramm, ist wie das Zeit-Temperatur-Ausenitisierungsschaubild, kurz ZTA-Diagramm, für jede Eisen-Kohlenstoff-Zusammensetzung individuell gültig. Wie beim ZTA-Diagramm wird auch beim Abschreckvorgang in ein kontinuierliches oder isothermes ZTU-Diagramm unterschieden. Im isothermen ZTU-Diagramm werden die Phasenumwandlungen für unterschiedliche Temperaturen beschrieben. Im technischen Bereich wird überwiegend das kontinuierliche ZTU-Diagramm eingesetzt, da in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen so schnell wie möglich abgekühlt werden soll. Im kontinuierlichen ZTU-Diagramm werden die Phasenumwandlungen für unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten dargestellt. Dem ZTU-Diagramm sind drei wesentliche Informationen zu entnehmen. Erstens der Phasenumwandlungsverlauf, zweitens die Phasengehalte bei verschiedenen Temperaturen und drittens die resultierende Härte in Wickers nach Abkühlung. Die Umwandlungslinien sind im ZTU-Diagramm als sogenannte Umwandlungsnasen dargestellt. Die gebogene Form resultiert daher, dass bei hohen Temperaturen eine große Beweglichkeit der Atome, aber kleines Umwandlungsbestreben, also eine kleine Triebkraft herrscht. Bei niedrigen Temperaturen ist es genau umgekehrt. Die Beweglichkeit der Atome ist eingeschränkt, aber die Triebkraft zur Umwandlung in eine neue Phase ist groß. An der Nasenspitze halten sich Beweglichkeit und Triebkraft im Gleichgewicht und die Umwandlungsrate ist dort am größten. Der Verlauf der Phasenumwandlung kann anhand der jeweiligen gewählten Abkühlungsverläufe abgelesen werden. Jedes Mal, wenn eine Umwandlungslinie überschritten wird und eine Phasenumwandlung stattgefunden hat, wird der Anteil der entstandenen Phase klein an dieses Phasenfeld geschrieben. So weiß man immer aus welchen Phasen genau der Stahl bei welcher Temperatur und schließlich auch bei Raumtemperatur zusammengesetzt ist. Da die Härte, welche mit der Festigkeit eines Stahls korreliert, für den Einsatz eines Bauteils wichtig ist, werden die Werte immer an die jeweiligen Abkühlverläufe geschrieben. Man kann also zum Beispiel die gewünschte Härte auswählen und weiß genau, wie schnell dieser zum Erreichen abgekühlt werden muss. Außerdem sind im ZTU-Diagramm die Martensit Starttemperatur und die Martensit Finish Temperatur angegeben. Die Martensit Starttemperatur zeigt die Bildung des ersten Martensits an. Beim Unterschreiten der Martensit Finish Temperatur ist die Martensit Bildung vollständig abgeschlossen und das Gefüge besteht einphasig aus Martensit. Um ein vollständig martensitisches Gefüge zu erhalten, muss ein Abkühlverlauf eingehalten werden, bei dem keine der Umwandlungslinien geschnitten wird. Die Abkühlgeschwindigkeit, die mindestens eingehalten werden muss, um ein vollständig martensitisches Gefüge zu erhalten, wird kritische Abkühlgeschwindigkeit genannt. Grafisch ist es der Abkühlverlauf, der unmittelbar vor der ersten Umwandlungsnase verläuft. Sind Legierungselemente im Gemisch gelöst, ändert sich das ZTU-Diagramm. Die Umwandlungsnasen werden zu längeren Abkühlzeiten hin verschoben. Im ZTU-Diagramm werden sie demnach nach rechts verschoben. In der Regel setzen die Legierungselemente die Martensit Starttemperatur herunter und verzögern die Umwandlungszeit, da die Diffusion des Kohlenstoffs behindert wird. In der Praxis kann so langsamer abgekühlt werden und immer noch ein vollständig martensitisches Gefüge eingestellt werden. Der Querschnitt des Bauteils, der vollständig gehärtet werden kann, wird demnach vor allem durch den Anteil der Legierungselemente bestimmt und als Einherdbarkeit bezeichnet. Je langsamer abgekühlt werden kann, umso größer ist die Einherdbarkeit oder Einherdetiefe. Der Begriff Aufherdbarkeit beschreibt hingegen die maximal erreichbare Härte bei vollständiger Martensitumwandlung und ist unmittelbar vom Kohlenstoffgehalt abhängig. Wie im Lehrvideo zu ZTU-Diagrammen wird in unserem Beispiel angenommen, dass das Gemisch aus reihem Eisen und Kohlenstoff besteht. Wir fassen zusammen. Das Zeittemperaturumwandlungsschaubild, kurz ZTU, ist die Zeitachse senkrecht zum Eisen-Kohlenstoffdiagramm des Stahls und ist wie das ZTU-Diagramm für jeden Kohlenstoffgehalt einzigartig. Es wird zwischen kontinuierlichem und isothermen ZTU-Diagramm unterschieden. Im isothermen ZTU-Diagramm werden die Phasenumwandlungen für unterschiedliche Temperaturen beschrieben. Im kontinuierlichen ZTU-Diagramm werden die Phasenumwandlungen für unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten dargestellt. Überwiegend wird das kontinuierliche ZTU-Diagramm eingesetzt, da es in der Regel wirtschaftlicher ist, schneller abzukühlen. Abgelesen werden können im ZTU-Diagramm, der Phasenumwandlungsverlauf, die Phasengehalte bei verschiedenen Temperaturen und die resultierende Härte in Wickers nach Abkühlung. Dabei werden anhand der gewünschten Härte die Abkühlgeschwindigkeit und die prozentualen Phasengehalte nach dem Abkühlen bei Raumtemperatur bestimmt. Umgekehrt kann die resultierende Härte und die Gefügezusammensetzung nach einer bestimmten Abkühlgeschwindigkeit abgelesen werden. Die kritische Abkühlgeschwindigkeit zur Erzielung eines rein matensitischen Gefüges kann aus dem ZTU-Diagramm anhand des Abkühlverlaufs unmittelbar vor Beginn der Umwandlungsnasen abgelesen werden. Legierungselemente im Stahlgemisch verlangsamen die Diffusionsgeschwindigkeit und verändern das ZTU-Diagramm. Die Umwandlungskurven verschieben sich zu längeren Abkühlzeiten hin. In der Praxis kann somit langsamer abgekühlt werden und eine höhere Einhärtetiefe, also ein größerer gehärteter Querschnitt erzielt werden.